Musik It's all about Jesus. Hey, wir haben heute Morgen ein super Wort vorbereitet. Ich möchte dir aber vorab noch etwas zeigen. Ich nenne es Grace Nuggets. Grace Goldstücke, die wir doch immer wieder in der Bibel finden. Einfach so tauchen sie überall auf. Und da eben jedes Wort auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden kann, also nicht nur auf der wörtlichen Ebene, sondern auch auf der bildlichen Ebene, auf der Ebene eines Typuses, möchte ich dir das hier zeigen. Und zwar 1. Korinther 14. Kapitel und Vers 19. Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10'000 Worte in einer Sprache. Nun, bald ist Pfingsten. Es geht nicht mehr so lange, stimmt's? Wo Pfingsten ist. Und was wir hier lesen und was wir hier sehen, auch von unserer persönlichen Meinung heraus, wir werden hier in dieser Gemeinde das Sprachenreden oder Zungenreden nie in Frage stellen. Bald ist Pfingsten. Mach dich bereit für eine Explosion. Amen. Bald ist Pfingsten. Mach dich bereit für eine grosse Explosion des Heiligen Geistes. Halleluja. Siehst du, der Höhepunkt, der Höhepunkt, der geistliche Höhepunkt von Gottes Grace ist der Pfingsttag. Das ist der geistliche Höhepunkt von der Gnade Gottes. Weil der Pfingsttag, die Apostelgeschichte 2, die Ausgießung des Heiligen Geistes, demonstriert uns den Beginn des Zeitalters der Gnade. Halleluja. Also das Zeitalter der Gnade entstand nicht mit Jesus. Jesus brachte Gnade. Der Schnitt, wo das Zeitalter der Gnade entstand oder die Dispensation der Gnade in Kraft getreten ist, war am Pfingsttag mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Also der Höhepunkt von geistlichen Segnungen unter Grace ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das Sprachengebet. Halleluja. Und wir können sogar unseren Bund der Gnade durch Sprachenreden wirklich noch viel verstärkt und viel mehr aktivieren. Preis dem Herrn. Nun, ich werde mehr dazu sagen dann am Pfingsten. Also diese Stelle hier, die wir hier anschauen, wir stellen hier nicht das Zungenreden in Frage. Aber es würde rein auf der natürlichen Ebene, würde natürlich es nichts bringen, wenn ich euch jetzt den Zungen anpredigen würde. Aber das ist nur die natürliche Ebene. Hier haben wir ein Grace-Goldstück verborgen. Welche Nummer findest du hier? Fünf. Wann immer du fünf siehst, siehst du Grace. Lieber fünf Worte im Verstand. Lieber fünf Worte, Grace. Lieber ein Thema, als hunderte oder tausende von anderen Themen ansprechen. Lieber ein Thema in der Tiefe. Lieber fünf Worte. Fünf ist die Zahl von Grace. als 10.000 Worte, als eine Überdosis von Informationen, die du sowieso nicht behalten kannst. Lieber gnadeninspirierte Worte, die tief in dein Herz hineingehen, als überschwängliche, überdimensionierte Worte in einer Fülle, die du nie verarbeiten könntest. Amen. Siehst du, der natürliche Mensch würde sagen, oh, wow, dieser Prediger, er kann über jedes Thema in der Bibel predigen und jedem Thema ist er gewachsen und er hat da Verständnis und da ist er ein Spezialist und er kennt das Alte und das Neue und das alles Mögliche kennt er und er kann alle Themen ansprechen. Liebe fünf Worte Gnade. Als alle möglichen Themen, die einfach gesprochen werden, aber nicht in dein Herz hineingehen. Der Punkt, warum wir zusammenkommen, ist nicht, dass du eine Fülle von Informationen erhältst. Der Punkt, warum wir zusammenkommen und warum wir das machen, was wir machen, ist, dass du Antworten bekommst und dass mehr Gnade in dein Leben hineinkommt, um zwischen Montag und Freitag sozusagen die Gunst Gottes zu erleben. Halleluja. Und diese Gunst wird nie für einem selber behalten. Diese Gunst geben wir immer wieder weiter. Grace ist nicht selfish. Grace ist nicht selbstsüchtig, sondern wahre Gnade wird auch immer weitergegeben, können wir immer weiter kanalisieren. Halleluja. Deswegen fülle ich mich während der Woche mit dem Wort der Gnade und dann bin ich so voll, dass ich alles weitergeben kann. Amen. Aber auch da natürlich immer Sonntag für Sonntag in der richtigen Dosis. Aber siehst du, lieber Grace. Halleluja. Als alles Mögliche, weil wir nicht hier sind, um Informationen zu sammeln. Du kommst nicht, um dich mit Erkenntnis aufzufüllen. Du kommst, um mit Erkenntnis von Jesus gefüllt zu werden. Halleluja. Jesus muss immer in der Mitte sein. Und ich glaube, dass wir heute Morgen solch ein grossartiges und gewaltiges Wort für dich bereit haben, dass unsere Ansicht so radikal verändern wird über dieses Thema, dass heute Morgen einen Haufen an Freisetzungen entstehen. Heute wirst du deine Unvergebenheit verlieren, die du vielleicht gegenüber anderen Menschen über Jahre lang versteckt und verborgen in deinem Herzen hattest. Heute wirst du diese Dinge verlieren, weil wir sprechen heute über Unvergebenheit. Unvergebung, Bitterkeit und die Kraft der Vergebung. Und ich möchte mit dir etwas anschauen, was ich glaube, dass so viele Menschen aus einer Perspektive betrachtet haben, die nicht ganz korrekt ist. Und zwar, was wir heute tun wollen ist, ich möchte dir den neutestamentlichen Weg aufzeigen, wie du loslassen kannst, wenn dich jemand verletzt hat. Wie du Unvergebenheit unter dem Bund der Gnade loslassen kannst, so dass du wirklich ein für alle Mal davon frei wirst. Ein für alle Mal davon frei wirst. Weil einfach, wenn Menschen sagen, ich habe keine Unvergebenheit mehr, wenn sie einfach das Lippenbekenntnis halten, doch tief im Herzen ist diese Unvergebenheit verwurzelt, dann war es bloß ein Lippenbekenntnis. Und es wird ihnen inwendig nichts bringen. Heute glaube ich, dass du den Schlüssel empfangen wirst, was richtige Vergebung bedeutet. Halleluja. Und dadurch alles loslassen kannst, was dich hindern könnte, gegenüber anderen Menschen, weil da einfach diese Verletzung in deinem Herzen noch ist, diese Verletzung in deiner Seele noch ist. Ich glaube, heute wird das abfallen, abfallen, einfach. Wie Butter, wollte ich sagen. Abschmelzt. Genau, das ist das richtige Wort, das habe ich gesucht. Abschmelzt wie Butter. Halleluja. Und du nicht jahrelang kämpfen musst, oh Vater, ich verkippe diese Person, aber ich habe immer wieder diese Gefühle und immer wieder kommt es hoch und immer wieder ist es verborgen, merke ich, ist es in meinem Herzen. Heute wird es abfallen, abschmelzen wie Butter. Dass du ein für alle Mal frei bist. Amen. Ein für alle Mal frei. Weil ich sage dir eins, und lass mich hier ein paar sehr provokative Dinge in den Raum schleudern. Unvergebenheit wird dich nicht in den Augen Gottes oder aus der Perspektive Gottes von seinen Segnungen blockieren. Unvergebenheit wird Gott nicht dazu bewegen, dir den Segen abzukappen. Unvergebenheit und Bitterkeit in deinem Herzen wird Gott nicht dazu bewegen, dass er zu dir sagt, du hast dich soeben disqualifiziert, weil du nicht vergeben hast. Es wird nicht so sein. Halleluja. Es wird nicht so sein. Und ich sage dir, du wirst Dinge sehen heute. Oh, 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 oh. Hätten wir jetzt den Lobpreis hier oben, würde ich hier ein paar 100 Meter Sprints machen. Halleluja. Siehst du, wir haben dieses Gedankengut. Wir sind so aufgewachsen, auch in christlichen Kreisen. Wir denken, wenn wir Bitterkeit im Herzen haben, wenn wir Unvergebenheit im Herzen haben, gegenüber einer Person, die uns so sehr verletzt hat, dann disqualifiziert uns das von den Segnungen Gottes. Das ist, was wir denken. Das ist, was wir glauben. Wir glauben, das schneidet uns von den Segnungen ab. Wir glauben, Gott würde uns nicht mehr Gutes tun, es würde uns blockieren, Gottes Güte und Gnade empfangen zu können. Ich sage dir eins, du empfängst Gottes Güte und Gnade nicht, weil du etwas geleistet hast, sondern weil er etwas geleistet hat. Du qualifizierst nicht, weil du immer im perfekten Willen geblieben wärst, sondern weil er immer im perfekten Willen geblieben ist. Halleluja. Stell dir vor, deswegen wurde Jesus versucht. Ich habe es heute schon angetönt. Jesus ist versucht worden und hat der Versuchung widerstanden, Halleluja, damit wir nicht unter Verdammnis kommen, wenn wir nicht widerstehen. Verstehst du? Jesus konnte alle Prüfungen bestehen, hat allen Versuchungen widerstanden, damit du, wenn du nicht bestehst und nicht widerstehst, trotzdem gesegnet bleiben kannst. Friends, it's all about Jesus. Es ist nichts wegen dir und nicht, weil du so gut warst. It's all about Jesus. Und ich weiss, das muss halt radikal gepredigt werden. Deswegen sage ich, wenn es nicht radical grace ist, wenn es nicht radikale Gnade ist, dann bringt es nicht das, was es auswirken könnte. Denn Gott ist wirklich radikal. Schau mal deinen Nachbarn an und stell dir vor, Gott liebt deinen Nachbarn. Ich meine, das ist radikal. Gott liebt deinen Nachbarn. Das ist ziemlich radikal. Gott hat ziemlich viel Humor. Nicht in dieser Gemeinde, aber sonst, wenn ich manchmal ein wenig Leute anschaue, dann denke ich wirklich, Gott hat Humor. Weil es, siehst du, weil vom Äusseren, es geht nicht ums Äussere, sondern es geht ums Innere. Halleluja. Jesus diente immer im Inneren des Tempels, damit wir von innen heraus Verwandlung erfahren und nicht äussere Veränderung. Das ist der Punkt. Alle reden von verändere dich, verändere dich, verändere dich. Es geht nicht um Veränderung, es geht um Verwandlung. Amen. Es geht um Verwandlung und verwandelt werden kannst du nur von innen heraus. Halleluja. Wenn eine, siehst du, eine grosse Wahrheit, die du zum allerersten Mal hörst, hat am meisten Kraft, dich zu verwandeln, weil es in dem Moment eine Offenbarung für dich ist. Und dieser heutige Morgen wird das sein. Eine grosse Offenbarung für dich. Halleluja. Also, dieser Gedanke, dass wir, und du musst mir wirklich bis zum Schluss zuhören, okay? Bis zum Schluss zuhören, weil ich habe heute viel zu sagen. Dieser Gedanke, dass wir nicht gesegnet sein würden oder nicht mehr gesegnet sein könnten, weil wir Unvergebenheit haben, dieser Gedanke kommt aus dem Gesetz. Dieser Gedanke kommt aus dem Gesetz. Denn wir müssen verstehen, dass Vergebung unter dem Gesetz anders funktionierte als Vergebung unter Gnade. Und ich werde es dir heute mit Bibelstellen beweisen. Okay? Ich werde es dir heute mit Bibelstellen beweisen. Und es wird unser Denken über dieses Thema komplett revolutionieren. Es wird so neu sein, dass du diese Predigt mindestens nochmals hören musst nächste Woche. Macht das jemand? Ab und zu zweimal hören? Wow, okay. Vielen Dank für die Blumen. Einige hören sogar dreimal. Ich weiss, oder viermal. Fünfmal. Fünfmal wäre eigentlich die richtige Anzahl, meine Predigen zu hören. Fünfmal. Fünfmal wäre die richtige Zahl. Okay. Halleluja. Nun, schau an. Aus dem Gesetz kommt der Gedanke, dass wir nicht, dass uns nicht vergeben wird, wenn wir nicht vergeben. Okay? Aus dem Gesetz kommt dieser Gedanke. Und wir schauen uns jetzt drei Stellen an, die das belegen. Die das belegen. Vorab musst du aber Folgendes verstehen. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Die ganz, ganz, jetzt ist äh, matchentscheidende Minute. Okay? Für das korrekte Bibelverständnis. Jesus kam auf diese Erde und er offenbarte die Güte und Gnade des himmlischen Vaters. Jetzt wurde er aber in ein Umfeld hineingesetzt, das komplett, 100% jüdisch war. Klar, von Zeit zu Zeit diente er ausserhalb von Jerusalem, also ausserhalb. Von Zeit zu Zeit wollte er auch einmal übernachten, zum Beispiel bei den Kananitern und die haben es nicht zugelassen. Auch hat er Menschen auch gedient, die selber nicht Juden waren. Aber er war in erster Linie ins Umfeld der Juden hineingesetzt worden. Okay? Und somit, weil Jesus im Umfeld der Juden diente, sind die vier Evangelien, die wir in der Bibel haben, sind immer, was wir sehen in den Evangelien, sind unter dem Zeitalter, unter dem Deckel des Gesetzes. Weil Jesus offenbarte, wann immer er sprach und redete, die Propheten und das Gesetz. Okay? Deswegen in dem Umfeld, Jesus, lass es mich so sagen, deutsch und deutlich, Jesus redete nicht zu Christen. Okay? Jesus redete nicht zu gläubigen Christen, weil es noch kein Gläubiger geben konnte in dieser Zeit. Nun, wir können viel Gutes daraus ziehen. Wir können viel, wie wir heute gehört haben, zum Beispiel von der Treue. Wir können viel Wunderbares daraus ziehen und auch viel im bildlichen Bereich für unser Leben von Jesus empfangen. Halleluja. Aber wir müssen immer verstehen, dass er in erster Linie weder zu mir noch zu dir geredet hat, sondern zu den Juden unter dem Gesetz. Schau dir das an. Lukas 24, da gibt es zwei Stellen, wo uns das eben aufzeigt. Lukas 24, die erste Stelle, das ist, wo er den Emmausjüngern begegnet. Und er spricht zu diesen Jüngern, er sagt, O ihr Unverständigen, wie es doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dieser leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er, das ist Jesus, begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Von wem redete Jesus? Jesus redete von sich, aber von den Propheten und vom Gesetz Mose. Denn Jesus zeigte den Menschen, was das Gesetz eigentlich zu sagen hat in Bezug auf ihn. Deswegen, das ist etwas, was du immer wieder hörst von mir, auf jeder Seite der Bibel findest du Bilder Jesu. Halleluja. Auf jeder Seite findest du Jesus. Weil die ganze Schrift ist voll Jesus. Halleluja. Ich sage dir eins, es kann gut sein, dass wenn wir im Himmel sind, dass wenn wir im Himmel sind und das voll, jetzt sehen wir nur Stückwerk, okay? Und wenn wir das volle sehen, das volle Mass sehen, kann es gut sein, dass wir in jedem Wort, das gesprochen wurde, in jedem Wort, das geschrieben wurde, sehen wir in jedem Wort in der Bibel Jesus. Halleluja. In jedem Wort, das niedergeschrieben wurde und das gesprochen wurde, Jesus sehen. Wir sehen Jesus so viel mehr, als es uns bewusst ist. Er legt ihnen die Schrift aus, weil die Schrift sich auf ihn bezieht. Kannst du sehen? Die Schrift bezieht sich auf ihn. Und deswegen legt er ihnen von Mose bis zu den Propheten das aus. Also, von was redet er? Er redete vom Gesetz und von den Propheten. Siehst du, Jesus redete vom und übers Gesetz und von den Propheten. Jesus redet noch nicht vom neuen Bund. Jesus redet vom Gesetz und von den Propheten. Dann gibt es eine zweite Stelle noch in Lukas 24, die schauen wir uns auch an. Er aber sagte ihnen, 44 und 45, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Als Jesus im Umfeld der Juden diente und mit den Juden redete, ging es immer ums Gesetz. Es ging immer um die Propheten und um die Psalmen. Um diese drei Dinge ging es. Kannst du sehen, dass Jesus also in erster Linie das Gesetz angesprochen hat, in den vier Evangelien. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schrift verstanden. Wir müssen die vier Evangelien verstehen. Die vier Evangelien reden vom Gesetz Mose, von den Propheten und von dem Psalmen. Davon reden die vier Evangelien, weil Jesus es selber sagt. Halleluja. Jesus selber offenbart uns, über was er geredet hat. Und somit offenbart er jetzt auf der einen Seite, was von ihm dort zu finden ist, aber auf der anderen Seite steht er im Konflikt mit den Schriftgelehrten und wo er immer wieder den tadellosen Standard des Gesetzes darlegen muss. Stell dir vor, an einem Ort sagte Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Okay? Dann sagt aber Jesus im nächsten Atemzug, ich aber sage euch, wer nur schon eine Frau ansieht und sie begehrt, hat die Ehe gebrochen. Von was redet er? Vom Gesetz. Weswegen? Weil es steht geschrieben, ihr habt gehört, dass geschrieben steht, dass gesagt worden ist, du sollst nicht Ehe brechen. Gehört zu den Geboten. Gehört zu den Geboten. Und jetzt sagt aber Jesus, ich aber sage euch, dass wenn man eine Frau nur ansieht, hat man die Ehe gebrochen. Warum sagt er das? Siehst du die Schriftgelehrten? Die Juden glauben das, dass es erst dann Sünde ist, wenn man mit seinem Äusseren, mit seinem Körper die Ehe bricht. Das ist, was der Talmud ihnen eben als Umschiffung des Gesetzes vorschreibt. Erst der Akt des Ehebruchs. Erst wenn Männlein und Weiblein im Bett liegen, erst dann ist es Sünde. Erst dann hast du die Ehe gebrochen. Jesus sagt, nein, das Gesetz ist so tadellos, so hochstehend und heilig, dass das Gesetz in Tat und Wahrheit sagt, wenn du in deinem Herzen eine Frau begehrst, hast du schon gebrochen. Sie dachten, nein, erst wenn mein Körper die Sünde begeht, ist das Ehebruch. Jesus sagte, nein, Sünde entsteht innerlich und nicht äusserlich. Und das hat er immer wieder getan. Das hat er immer wieder getan. Er hat das nicht getan, um uns zu verurteilen, sondern er hat das getan, um ihnen den tadellosen Standard des Gesetzes zu offenbaren. Denn ihre Absicht war es, das Gesetz immer ein wenig zu umschiffen. Siehst du, wie man Gesetze hat. Da gibt es einen Haufen Gesetze auch in unseren Kreisen, einen Haufen Steuergesetze, die man so ein wenig umschiffen kann. Und das ist im Moment wird das Umschiffen der schweizerische Talmud wird verändert. Dieses Umschiffen von, siehst du, wir nennen es Grauzonen. Und genau in dem lebten die Pharisäer, Schriftgelehrten, sie lebten in ihren Grauzonen, weil der Talmud ist ihre Bibel. Der Talmud ist ihre Bibel und der Talmud zeigt ihnen und offenbart ihnen, ist wie die Gebrauchsanweisung, wie kann ich das Gesetz halten, respektive wie kann ich es nicht brechen. Das ist besser gesagt, wie kann ich das Gesetz nicht brechen. Und so kommt Jesus und er sagt ihnen immer wieder ihr denkt, so könntet ihr es halten, aber ich sage euch in deinem Herzen, wenn du schon jemals, dann hast du es schon gebrochen. Schon gebrochen. Und jetzt sehen wir dasselbe eben mit Vergebung. Wir sehen exakt dasselbe mit Vergebung. Jetzt schau dir das an. In Matthäus 5, in Matthäus 5, denke ich 21 ist es, Genau. Matthäus 5, 21 bis 24, sagt Jesus folgendes. Wann immer du das liest, dann weisst du, geht es nicht um christliche neutestamentliche Wahrheit, sondern es geht ums Gesetz. Wenn immer du das liest, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, zu den Alten, hier meint er grundsätzlich, dass durch den Talmud, durch die Mishnah und Gemara, das waren diese zwei Schriften, die zusammen den Talmud eigentlich bilden, durch die Mishnah und Gemara, das sind ihre Regeln und Vorschriften, eben wie man Gesetze nicht brechen würde. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, siehst du, jetzt kommt Jesus und er sagt, hör mir gut zu, dass töten, du sollst nicht töten, es ist nicht der äusserliche Akt des Tötens, sondern vom perfekten, heiligen, tadellosen Standard des Gesetzes, ist es das Töten inwendig, dass jemanden den Tod wünschen, wo du schon das Gesetz gebrochen hast. Kannst du sehen, wie Jesus sie immer wieder schachmatt setzt, weil er genau wusste, das würde sie nie erlösen, die Gebote zu halten. Das Gesetz ist gegeben, damit der Mensch zum Ende von sich selbst kommt. Das Gesetz, der Grund für das Gesetz ist, dass du und ich aufgeben und sagen, Jesus, I need you. Das ist der Grund für das Gesetz. Dass du und ich auf die Knie fallen und sagen, Jesus, you're my only help. Das ist der Grund, für das ist das Gesetz gegeben. Es gibt keinen anderen Grund. Es ist der Zuchtmeister auf Christus hin, zu sagen, Jesus, du allein in meinem Leben. Ich habe, Vers 22, sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, kein Sportclub, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine, lassen Sie mal einen Stopp machen. Das ist nicht neutestamentliche Lehre. Jesus zeigt ihnen lediglich den höchsten Standard, das tagellose Gesetz. Am Gesetz kommst du nicht vorbei. Deswegen musst du aufgeben und sagen, Jesus, ich brauche dich, ich kann es nicht halten. Das ist nicht neutestamentliche Lehre, sondern er kontert ihre Ansichten, er kontert ihre falschen Wege. Oh, erst wenn wir jemanden physisch töten, dann hat man das Gebot gebrochen. Nein, Jesus sagt, wenn du zu einem sagst oder sogar eigentlich auch in deinem Herzen denkst, das ist für ein Doppel. Ist Gesetz gebrochen. Das ist Raka, eben. Ein Sportclub. Vers 23, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Das ist keine neutestamentliche Lehre. Und ich weiss, dass in christlichen Kreisen das gepredigt wird. Bevor du opferst, versöhne dich mit allen. Blödsinn! Jesus redet nicht Neues Testament. Jesus spricht nicht den neuen Bund hier an. Jesus zeigt dir lediglich, wie sehr du ihn brauchst. Wie sehr du ihn brauchst. Siehst du, das ist der Punkt. Ihr habt gehört, ich aber sage euch, ich aber sage euch, kannst du sehen, wie sehr wir verloren sind ohne ihn? Auch du hattest schon im Herzen, Raka. Auch du hast schon zu einem gesagt, Raka. Oder Dunar. Kannst du sehen, wie sehr wir ihn brauchen? Wie sehr wir ihn brauchen? Und wir können das gar nicht umschiffen. Wir können das gar nicht umschlängeln. Es ist unmöglich, es zu umschlängeln und die Gesetze nicht brechen zu können. Deswegen brauchen wir ihn so sehr. Deswegen brauchen wir ihn so sehr. Weisst du, in dem Moment, wo dir jemand sagt, weisst du, ich bin ohne Sünde. In dem Moment, wo dir jemand sagt, ich bin ohne Sünde, weil Jesus ist so sehr in meinem Leben, dass ich ohne Sünde bin, dann hat er soeben gesündigt, weil er ein Lügner ist. Vielleicht äusserlich, ja, aber nicht innerlich. Siehst du, wo er es immer wieder Schachmatt stellt? Innerlich. Innerlich stellt er es immer wieder Schachmatt. Äusserlich, ja, mag die Person 35 Jahre lang seiner Frau treu gewesen sein. Äusserlich, ja, mag er noch nie jemanden Mund gelegt haben oder jemanden ausgeknipst haben. Äusserlich, ja, aber innerlich, no way. No way. Wenn jemand das sagt, ist es Überheblichkeit. Nur schon der Überheblichkeit willen würde er angeklagt werden. Aber dank sei Gott ist Jesus so geduldig mit solchen Dummköpfen. Entschuldigung. Raka. Deswegen brauchen wir ihn so sehr. Jetzt schaut ihr das an. Auf dem bauen die folgenden zwei Verse auf. Auf kannst du sehen? Hast du verstanden, was ich meine? Vers 23, wenn du eine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe und geh hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Ist der Weg unter dem Gesetz. Jesus sagt, wenn ihr das Gesetz halten wollt, dann läuft es so ab. Wenn du etwas gegen deinen Bruder hast, dann musst du gehen und ihm zuerst vergeben, damit du Vergebung empfangen kannst. Kannst du das sehen? Das ist ganz wichtig. Jesus sagt, unter dem Gesetz, der tadellose Standard des Gesetzes heisst so, wenn du etwas gegen jemanden hast, musst du ihm vergeben, damit dir Gott vergeben kann. Okay? Und genau auf dem bauen die nächsten zwei Bibelstellen auf. Matthäus 18. Matthäus 18. Und jetzt weisst du genau, was ich anspreche. Da liess, Vers 32, da liess sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest, solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr, den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Schau mal an Vers 35. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Das ist das Gesetz. Das ist das Gesetz. Das Gesetz hat solch einen hohen Standard, dass du der Erlösung nie würdig sein könntest, der Vergebung Gottes nie würdig sein könntest, wenn nicht du zuerst vergeben würdest. Ist unser Vater ein Folterknecht? Nein. Unmöglich. Stimmt. Ist der himmlische Vater ein Folterknecht? Unmöglich. Also wenn das eine nicht stimmt, kann das andere auch nicht stimmen. Ausser, man betrachtet es aus der Perspektive des tadellosen Gesetzes, um zu offenbaren, was in unseren Herzen liegt, dann ist es absolut korrekt. Das heisst, wir können nie, wir können nie sagen, ich halte nur einen Teil des Gesetzes und den anderen Teil brauche ich, weil ich einen Teil halte, nicht zu halten. Es wird nie möglich sein. Siehst du, der perfekte, man sagt, das ist das theologische Wort, der pristine Standard, der makellose Standard des Gesetzes stellt dich und mich Schachmatt. No way to keep it. Keine Möglichkeit, es in dieser Form der Tadellosigkeit zu halten. Okay? Jesus sagt das nicht, um Verdammnis für die Menschen zu bringen. Jesus sagt das, weil er will, dass sie zum Ende von sich selbst kommen. Aber in christlichen Kirchen wird das gepredigt, eins zu eins. Verdammnis auf dir, wenn du deinen Bruder nicht vergeben hast. Das hat Jesus nie gemeint. Das hat er auch nie gesagt. Er will, dass du siehst, dass du ihn brauchst. Dies wurde nie gesprochen, um uns unter Verdammnis zu bringen. Und den Höhepunkt vom Ganzen sehen wir im Markus 11, Vers 26. Dort sehen wir den Höhepunkt vom Ganzen. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Das ist der Höhepunkt. Das würde jetzt heissen, wenn das neutestamentliche Lehre wäre, dass dir Gott nicht vergeben würde, wenn du Bitterkeit und Unvergebenheit hast in deinem Herzen. Das würde das bedeuten. Das würde das bedeuten. Und dann wärst du jeden Sonntag neu hier vorne und wirst dein Leben Jesus übergeben. Und das haben wir zu oft gesehen. Genau das haben wir zu oft gesehen. Meine Lieben, was wir hier sehen im Markus 11, Vers 26, ist nicht der neue Bund. Dieser Vers hier ist genauso wie die anderen zwei Verse, ist dieses Perfekte, der Pristine Standard, Makellose Standard, welches das Gesetz schlussendlich von jedem erfordert. Der perfekte Standard. Nun hier etwas als Verständnishilfe. Siehst du das allererste Wörtchen dort? Wenn. Wenn du dieses Wort siehst, wenn du, kannst du ganz einfach merken. Wenn du siehst, wenn, siehst du das Gesetz. Weil unter dem Gesetz heisst es immer, wenn du diesen das tust, wirst du das erhalten. Der ganze fünfte Mose, das ganze 28. Kapitel ist voll von wenn du's. Wenn du's. Ist voll von wenn du. Okay? Das fünfte Mose, 28. Kapitel. Wenn du dies tust, wird das geschehen. Wenn du dies nicht tust, wird das geschehen. Wann immer du, wenn du findest. Okay? Wenn du. Okay? Nochmals zurück. Matthäus 18. Vers 35. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn. seht. Wenn. Wenn ihr nicht. Du hast das Gesetz. Wenn du, so wird ihr. Wenn du nicht, so wird ihr ebenfalls. Positiv negativ. Es wird ihr immer auf wenn du. Kannst du sehen? Wenn ihr. Wenn. Und immer du das wenn findest. Und bei der ersten Stelle, die wir angeschaut haben, haben wir es ja von Anfang an gesehen. Jesus sagt, euch ist gesagt, ich aber sage. Okay? Also, dies ist ganz klar das Gesetz. Und jetzt sind auf diesen, nochmals bitte Markus 11, 26, jetzt sind auf diesen Aussagen ganze Theologien aufgebaut worden. Und zwar, die Theologie ist folgendermassen. Die Theologie ist, wenn du nicht vergeben kannst, vergib dir Gott nicht. Und das wird noch in zu vielen Kirchen heute gepredigt. Dabei hat es gar nichts mit dem neuen Bund zu tun. Siehst du, nochmals, unter dem Gesetz wird dir vergeben, wenn du zuerst vergeben hast. Und jetzt solltest du wissen, wie ist es denn unter dem neuen Bund der Gnade? Amen? Wie ist es denn unter dem neuen Bund der Gnade? Hier ist der Punkt. Hier ist der Punkt. Wenn du da bist und du kämpfst mit Unvergebenheit, du kämpfst mit Unvergebenheit in deinem Herzen, dann bist du nicht disqualifiziert von Gottes Segnungen wegen dem, du schadest dir höchstens selbst. Okay? Siehst du? Prediger 7. Ärger wohnt im Busen oder im Brust des Toren. Mit anderen Worten, Bitterkeit kann sich festsetzen im Inneren und das schadet dir. Das schadet dir. Wenn wir nicht vergeben können, dann wird uns Gott nie schaden, aber wir fügen uns selber Schaden zu. Aber siehst du, die christliche Kirche hat gepredigt, wenn du nicht vergeben kannst, dann bist du disqualifiziert und blockiert von Gottes Segnungen. Gott schneidet dich bis zu einem gewissen Grad ab. Nein, man schadet sich selbst. Man schadet sich selbst. Deswegen ist es nicht gut, wenn Bitterkeit über Jahrzehnte sich festgesetzt hat. Denn er sagt uns, lass dich nicht schnell zum Ärger reizen, denn dieser wohnt in der Brust der Toren. Es setzt sich innerlich fest und es beeinflusst deine inneren Organe. Es beeinflusst deine Brust und bei Frauen wörtlich die Brust. Der Ärger ist eine Dysfunktion, eine seelische. Tumore können durch das entstehen. Nicht einfach nur durch radioaktive Einstrahlung. Tumore können durch das entstehen. Wir ärgern, wenn wir uns ärgern und diesen Ärger oder diese Unvergebenheit in uns festhalten, dann geschieht etwas mit unserem Körper. Unser Körper gewöhnt sich daran, es nicht mehr loszulassen. Es nicht mehr loszulassen. Und weisst du, dass der Grund, warum es wohnen bleibt, der Grund ist in deinem Kopf. Weil das Schlachtfeld ist in deinen Gedanken. Der Grund, warum es wohnen bleibt, ist in deinem Kopf. Und genau hier setzt Jesus ein. Hier setzt Jesus ein. Und das ist, was ich jetzt sage, ist wahrscheinlich etwas vom Wichtigsten, was ich je gesagt habe. Jetzt hör mir gut zu. Weil Jesus setzt in deinem Verständnis ein. Jesus setzt in deinem Verständnis ein, so dass es dich von innen her freisetzen kann. Alles, was wir hören, geht zuerst über unseren Verstand, dann in unseren Geist hinein. Und jetzt schau dir das an. Das ist, was Jesus dir sagt. Jesus wird dir nie sagen, wenn du diesem Bruder oder dieser Schwester oder dieser Person nicht vergibst, dann werde ich dir auch nicht vergeben und mein Vater wird dir nicht vergeben. Das wird Jesus nie sagen. Weisst du, was Jesus sagt? Jesus flüstert dir zu, mein Sohn, meine Tochter, ich sehe diese Unvergebenheit in deinem Herzen und ich habe sie dir schon vergeben. Ich bin so eben in einer Cloud. Weisst du, was Jesus sagen wird? Diese Bitterkeit, diese Unvergebenheit, die in deinem Herzen sich festgesetzt hat, vielleicht schon über Jahre, Jesus kommt zu dir und in der Nacht, wenn du wach im Bett liegst, dann wird er dir ins Ohr flüstern, mein Sohn, meine Tochter, ich habe dir diese Bitterkeit vergeben. Dann wird er dir ins Ohr flüstern, mein Sohn, meine Tochter, diese Unvergebenheit, dieses Unvergeben, das so sehr in dir drinsteckt, diese Sünde habe ich dir vergeben. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Und das setzt mich jetzt frei, der Person vergeben zu können. Oh, kannst du sehen? Kannst du sehen? Unter dem Gesetz musste man vergeben, damit man Vergebung empfängt. Unter Grace hat dir Jesus bereits vergeben, damit du Vergebung freisetzen kannst. Halleluja, Jesus. Epheser 5, Vers 32. Look at this. Look at this. Epheser 5, Vers 32. Das ist aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Was kommt zuerst? Was kommt zuerst? Gleich wie? Seine Vergebung kommt zuerst. Kannst du sehen? Seine Vergebung kommt zuerst. Kannst du sehen? Seine Vergebung kommt zuerst, denn es heisst, vergebt einander gleich wie Gott euch in Christus bereits vergeben hat. Mit anderen Worten, dann, wenn ich weiss, danke Jesus, dass du mir diese Sünde der Unverzeihung und der Unvergebenheit bereits vergeben hast, kann ich mich lösen von dieser Bitterkeit und diesem Bruder oder Schwester, die mich so sehr verletzt hat, vergeben. Halleluja. I need a break. Halleluja. My, 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 my. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht gewaltig? Wie sehr, diese Botschaft heute, die muss raus in alle Welt, in alle Welt. Die muss raus. Diese letzten zwei Minuten werden Leute geheilt. Bum, 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 bum. Nicht nur seelisch, sondern auch körperlich. Halleluja. Halleluja. Reist dem Herrn. Reist dem Herrn. Siehst du, letzte Woche war Karfreitag. Letzte Woche war Karfreitag und es war morgens um ein Uhr und ich lag in meinem Bett wach. Alle schliefen und ich lag im Bett und diese Tausende von Gedanken drehten sich in meinem Kopf. Diese Tausenden von Gedanken drehten sich, drehten sich, drehten sich gegenüber diesen Personen, wo ich einfach sagte, Gott, ich kann ihnen nicht vergeben. Ich kann ihnen nicht vergeben. Sie haben mich so sehr verletzt. Das, was passiert ist, hat mich so sehr verletzt. Ich kann nicht loslassen. Ich kann nicht vergeben. Karfreitag morgen, ein Uhr, one o'clock. Dann sollte man schlafen, stimmt's? ein Uhr morgens sollte man schlafen und nicht in Gedanken drehen. Ein Uhr morgens und dann hörte ich diese Worte. Mein Sohn, ich habe dir diese Sünde schon vergeben. Von diesem Moment war die Vergebung komplett. Und der Herr ist mein Zeuge. Der Herr ist mein Zeuge. Keine bittere Wurzel mehr. Nach mehr als einem Jahr herum tragen. Keine bittere Wurzel mehr. Halleluja. Preis dem Herrn. Halleluja. Der neue Weg ist via ihn und nicht via dich. Der neue Weg der Vergebung läuft über ihn ab. Wir müssen es nochmals lesen. Ist es noch da? Lest es nochmals. Lest alle zusammen laut vor. Was kommt zuerst? Seine Vergebung. Stimmt? Er hat dir schon vergeben. Er hat dir schon vergeben, dass du nicht vergeben kannst. Oh man. Ist es nicht gewaltig? Er hat dir schon vergeben, dass du nicht vergeben kannst. Und jetzt kannst du vergeben. Siehst du, was uns gehalten hat und in Gebundenheit gehalten hat? Dieser Gedanke, wenn ich nicht vergeben kann, vergibt er mir nicht. das hat uns in Gebundenheit gehalten. Wenn ich es nicht tue, wenn ich den Schritt nicht mache, dann tut Gott den Schritt nicht. Weil wir haben alle schon genug von diesen Predigten gehört. Das ist der wahre Schlüssel für Vergebung. Und jetzt kommt meine Predigt, kommt mir in den Sinn, die ich vor etwa drei Jahren gehalten habe. Dass genau das geschehen ist, dass er dir bereits diese Unvergebenheit vergeben hat, an das musst du dich jetzt immer wieder erinnern. Vor drei Jahren habe ich eine Predigt gepredigt über Vergebung Remember not. Erinnere dich nicht, was dir der Mensch Böses getan habe. Remember not. Erinnere dich nicht daran, ständig es wieder raufzuholen, was dir Böses angetan wurde. Erinnere dich daran, deswegen es ist hier, Schlagpfelle in den Gedanken, erinnere dich daran, dass er dir schon diese Sünde vergeben hat. Halleluja. Heisst dem Herr. Siehst du, alles in Gottes Reich ist immer Stückwerk. Siehst du, ich habe keine Mühe, dir zu sagen, die Predigt vor drei Jahren, Remember not, war nur die halbe Miete. Aber noch nicht die ganze. Das war nur die halbe, die Hälfte der Wahrheit. Wir erkennen Stückwerk. In drei Jahren werden wir so viel mehr empfangen und gesehen haben, dass wir wieder dastehen werden und noch ein viel grösseres Wow. und die Wow-Momente sollten dein konstanter Begleiter werden. Amen. Denn es sind die Wow-Momente, wo unbewusst Glaube da ist. In deinem Herzen. Es sind die Momente, wo du sagst, Wow, 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 Jesus. Dann ist Glaube da. Dann gibt es keine Schritte mehr zu mehr Glauben. Dann gibt es keine Schritte mehr zu hören um grösserem Glauben. Dann ist Glaube in seinem vollen Potenzial present, anwesend, gegenwärtig in dir drin. In diesen Wow-Momenten. Halleluja. Lass diese Wow-Momente ein beständiger Begleiter werden. Amen. Lass diese Wow-Momente beständig dich begleiten. Halleluja. Hör mir gut zu. Ich bin heute auf einem Thema geblieben. Auf einem Thema und ich bin wirklich auf dem Thema stark geblieben. Ich habe mich immer wieder wiederholt, sodass es wirklich jeder begreift hier drin. Liebe fünf Worte. Amen. Liebe fünf Worte, als alles Mögliche in einen Gottesdienst hereinpacken. Amen. Liebe fünf Worte, Grace. Lieber ein Thema, das in dir Wow- und Freisetzung geschieht, als ein Haufen von Erkenntnis und Bibelerkenntnis, die dir im Alltag nicht unbedingt sehr viel bringen. Okay? Die dir im Alltag nicht unbedingt sehr viel bringen. Weisst du, im Alltag musst du nicht die Geschlechtsregister auswendig können, sondern du musst die Wow-Momente erleben. Die Wow-Momente. Halleluja. Ob schon uns die Geschlechtsregister auch viel sagen. Wie zum Beispiel, da war eine Prostituierte im Stammbaum Jesus Rahab. Gewaltig. Gott schaut nie auf deine Vergangenheit, sondern er schafft immer Neues. Amen. Schau dir das an. Was gelöst ist, was gelöst ist durch ihn, er wird sich nie mehr daran erinnern, was in der Vergangenheit war. Im Meer der Vergessenheit. All diese Dinge sind für ihn nicht mehr da, weil er zu dir sagen kann, ich habe dir schon vergeben. Deswegen konnte er das im alten Bund nicht tun. Gott konnte nicht sagen, dass ich dir schon vergeben habe, weil Jesus noch nicht am Kreuz war. Deswegen sind die vier Evangelien immer aus der Perspektive vor dem Kreuz. Hörst du mir zu? Frag dich immer, ist das gesagt, wurde das gelehrt, ist das gesprochen, vor dem Kreuz oder betrachten wir es wie Epheser 4 nach dem Kreuz? Denn durch das Kreuz hat sich alles verändert. Alles. Komplett. Nichts mehr ist wie es war. Kein Wort ist mehr so, nichts mehr ist wie es war, weil Jesus jedes Wort bereits erfüllt hat, Halleluja, ist der Sinn und die Meinung von jedem Wort, das vor dem Kreuz gesprochen hat, lediglich ein Bild auf das, was nach dem Kreuz sein wird. Halleluja. Denn ich sage dir eins, wenn du in dieser Zeit gelebt hättest unter dem Gesetz, hättest du dich danach gesehnt, dass Gott dir vergeben würde und vergeben hätte. Das ist der 32. Psalm von David. David sehnt sich danach, Mensch sein zu können, der schon unter dem neuen Bund leben könnte. Das ist der Sinn vom 32. Psalm. Er sehnt sich danach. Denn Paulus sagt uns in Römer 4, dass David Geweiss sagt hat und schon ihm voraus gesagt hat. Und somit ist der 32. Psalm aus der Perspektive vor dem Kreuz und der sehnlichste Wunsch von David, dass Gott ihm schon vergeben hätte. Er schüttet sein Herz aus. Er schüttet sein Herz aus. Paulus greift es auf. Im Römer 4. Halleluja. Halleluja. Deswegen sagt David im Psalm 32, Ich bekenne meine Sünde vor dir. Er sehnt sich danach, dass es schon erledigt wäre. Aber er weiss, er muss zuerst seinem Bruder vergeben, bevor er Vergebung empfangen kann. Er muss zuerst Sünden bekennen, damit er Vergebung empfangen kann. Er muss zuerst Sünden vor Gott bringen, damit er Vergebung empfangen kann. Er sieht es vor dem Kreuz. Hier ist der Punkt. Weil uns Gott schon alles vergeben hat, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, können wir jetzt anderen vergeben. Können wir jetzt Sünde überwinden. Halleluja. Können wir jetzt ein freies Leben führen. Amen. Vergebt, gleich wie auch Gott euch in Christus vergeben. Und das letzte Wort ist dort was? Ganz genau. Epheser 4, Vers 32. Das letzte Wort ist vergeben hat in Christus. Dann Deal erledigt. Halleluja. Weisst du was? Jetzt nehmen wir dieses Abend mal in diesem Bewusstsein. Halleluja. In diesem Bewusstsein. Und wenn du heute hier bist und du hattest diesen Kampf, den ich hatte letzte Woche, vielleicht hast du ihn mehrere Jahre oder mehrere Jahrzehnte. Halleluja. Was wir heute tun ist, wir besiegeln das mit dem Abendmahl, was er bereits getan hat. Halleluja. Den Moment, wo du das Blut nimmst, den Saft trinkst, erinnere dich daran, Gott hat dir diese Sünde der Unvergebenheit schon vergeben. Halleluja. Wenn du das Brot brichst, erinnere dich daran, der Herr hat seinen Leib für mich hingegeben, dass falls schon in meinem Körper wegen jahrzehntelanger Unvergebenheit oder jahrelanger Unvergebenheit Schaden angerichtet worden wäre, das ist meine Heilung. Amen. Halleluja. Lass uns aufstehen. Oh, Preis, komm zu mir nach vorne. Wir sehen uns Jane auf www.hasss- ich- …- Leute, Hum- veILLe dich auch nicht. Wir sehen uns